Achtung, bissig! Dieses Pferd versteht keinen Spaß. Wer ihm zu nahe kommt, hat Pech gehabt. Das Pferd beißt selbst in Pferdeschwänze und schubst aufdringliche Touristen einfach weg. Die Touristen in London leiden deshalb. Ein cooles Foto mit der Palastwache, warum nicht, denkt sich dieser Mann und stellt sich möglichst nah an Pferd und Reiter. Doch die Frau rechts im Bild geht einen Schritt zu weit. Genervt schnappt das Pferd nach dem Pferdeschwanz, der vor ihm baumelt. Die Frau flüchtet erschrocken, die Palastwache auf dem Pferd verzieht keine Miene. Trotz Beißattacke, der Tourist auf der anderen Seite kann scheinbar nicht widerstehen, schiebt sich immer weiter ans Pferd ran, bis dieses einmal ausschnaubt. Dann verlässt ihn der Mut und er sucht das Weite. Nur Sekunden später nähert sich der nächste Pferdeschwanz dem Pferd. Auch der passt dem Tier nicht und schubst die Dame unsanft zur Seite. Dass die königlichen Palastwaren rübel sein können und ihre Hengste aggressiv, ist längst bekannt. Dazu kursieren in sozialen Medien unzählige Videos. Zu diesen Touristen scheint das noch nicht durchgedrungen zu sein. Dabei steht es auch noch auf dem Schild neben der Palastwache. Vorsicht, Pferde können treten und beißen. Wer halt nicht lesen kann, der muss fühlen.